Bevor wir mit dem ultrage-neicen Video anfangen, würde ich einmal kurz sorry für die Lacks sagen, aber am Anfang vom Gameplay leckt es ein bisschen. Das Ganze ist ziemlich hastig geklippt worden, deswegen war es ein bisschen rumgeruckelt. Das legt sich aber wieder und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hat 20 AP oder so, 30, 40 AP hat er. Er hat ziemlich slow. Hab ihn. Alter, ist das geil. Wobei, Recon Scanner wäre doch vielleicht nice, ich weiß es nicht. Ich hab einen. Ich kriege eine French Request von dem Typen. Oh, hier ist so ein Impulsgewehr. Ja, mir auch eine. Das sind Russen. Was? Ja, wenn du annimmst, dann sieht das aus, dass ich immer herrunde auf Russisch. Das sind Russen, die könnten uns halt hacken. Das ist ein Kitty. Was? Ich hab nicht an. Mach an. Das ist ein klein, fünfjähriges Kitty. Ey, chill. Hallo, du bist fresh. Suffix. Chö? Zalli Prod, ne? Er ist auch nur so ein Schwitzer. Level 70. Der hat nichts im Leben zu tun, anscheinend. Mikrofon, chill. Wir haben ihn gekauft, ne? Wo ist das, ey? Ich such's gerade. Chö, пригласi этого. Tебä hat er doch schon добавil, das ist noch ein. Oh, das Slippner. Давай, приглаchai его. Jetzt Kip King aus der Runde. Aus der Gruppe. Приglachai Slippner, пошli 2x2. Kick ihn, kick ihn einfach. Freund löschen, ja. Jäger. Jäger. Jäger.